hey leute willkommen zurück zu einem neuen video wir befinden uns hier in einem ladebildschirm von einem neuen spiel auf diesem kanal und werden direkt mit einem trader begrüßt genau das gibt's zwei jahre seit sie mich weggeschickt haben jetzt ein besserer kopf schlauer und schneller was bringt dich denn wieder herr chase eine alte bekanntschaft geschäftlich oder privat vielleicht keins vielleicht beides die aufnahme geht jetzt eine minute 54 und ich lache mich hier schon wieder weg wie sonst was jungs ihr habt da vorne ein schiff angeklemmt hätte ich wohl auch gesagt das war sicher nicht einfach für dich ich muss sofort mit ihr reden ich gebe dir ihre nummer aber wenn du sie wirklich schützen willst dann schnapp dir x fury und buchte ihn ein ok werde ich machen die ganze stadt leidet unter einer welle der kriminalität wirklich ja schau doch egal hey son cabrio kriegt nur nicht alle tage geschenkt in der tat macht mach dich auf den weg zur polizeistation und finde rex fury entschuldigen sie sie sollten vielleicht meinen reifenwechsel durchführen kann es sein dass du dumm bist oder sowas ok kapitel 1 haben auf jeden Fall jetzt angefangen gerade ich habe zwar nicht lesen können was es ist weil ich nämlich gerade den witz mit dem reifenwechsel gebracht habe falls ich den in irgendeiner form angeschnitten habe der wagen gefällt mir überhaupt nicht ich hasse sportwagen nämlich ja ich ja ich hasse wirklich sportwagen ok zummerzumarum juckt im endeffekt niemand das war alles nicht so ganz toll jetzt habe ich mich dann entschlossen das nochmal aufzunehmen und ja finde ich aber gut ich habe ja angekündigt dass ich ein paar neue projekte machen will und das ist eines davon von lego seht ja der kammer ich wünsche finde ich cool hey brauchst du hilfe mit den donuts das könnte wohl ich sein hallo frank hunig ja glaub schon Okay, vielleicht nicht ganz so. Wie gesagt. Okay, du machst mir irgendwie gerade Angst ein bisschen. Ein alter Klassiker, meine Damen und Herren. Er war einfach total überdramatisiert, ne? Nee. Ach ja. Ja, wow, die kreativste Nummer der Welt. Sollte eigentlich dieses Bildschirm-Dings bumst deinem Hintergrund so die ganze Zeit? Und, äh, ja. Ja, Subi. Ja, schön für dich, Digga. Alles klar. Und wem sollen wir jetzt glauben? Subi. Nee, wie kommst du denn noch darauf? Ja, aber komm bloß nicht her. Wenn Rex wirklich hinter mir hier ist, bleib ich ganz sicher nicht hier. Der ist irgendwie elektrisiert. Wie komm ich noch auf diese Idee, Digga? Wie komm ich noch auf diese Idee? Äh, okay. Was? Inwiefern sicher? Sicher, dass das Ding in die Luft fliegt? Das hier ist unser Zentralkomputer. Der quallt normalerweise nicht so. Wurde heute Morgen gehackt. Der darauffolgende Alarm hat den Aufzug angehalten. Explodiert ist die ganze Sache aber erst, als Frank ihn reparieren wollte. Mit nem Hammer. Ja, mit nem Hammer geht's natürlich am besten. Also, pff. Hammer ist die Antwort auf alle Fragen. Wie geht's dir? Hammer. Welche Note hast du in der Schule? Hammer. Kannst du auch was anderes als Hammer sagen? Hammer. 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 Ja, und der bin ich, meine Damen und Herren. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Sonst wäre er ja nicht so angezogen. Es gibt Rom. In der Tat. Nääää. Könnte man so sagen. Ihr wolltet Material auf meinen Tisch gelegt. Ja, Chief, ich bin in meinem Büro. Ja, ja, also, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, hätte ich nicht zu gegen. Keine Störung. Ja, 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 hab's kapiert. Jeden Fall, auf jeden Fall stören. Ja, ja, ja. Er scheint in guter Stimmung zu sein, meinst du das jetzt ernst, Frank? Soll ich ihn jetzt in Zukunft Honig nennen? Hat übrigens keine Auswirkungen auf die nächste Folge. Ich führe dich rum. Hier findest du Chucks Fahrzeugservice. Am Anfang hast du nur Zugriff auf ein Modell. Aber wenn du deinen Job gut machst, kriegst du Zugriff auf einen ganzen Haufen. Tatsächlich? Wie viele sind es bei dir, Frank? Wir sollten wohl mal weiter. Äh, ja. Der Aufzug zu diesen Räumen ist außer Betrieb. Laut Chuck zu deiner eigenen Sicherheit, weil da oben ein Monster lebt. Ein Monster. Genau. Bitte lass es mich nicht fressen. Ne, ne, keine Sorge. Das steht sich sehr auf Rind, nicht auf Mensch. Hinter dieser Tür. Oh, hier kommen wir noch mal her. Ist etwas Besonderes. Kleiner Spoiler. Es gibt kein Spoiler. Irgendwo sollte also eine sein. Okay. Finde ich... Äh... Äh... Zuppe Frank Honig Kuchen. Ich habe am Anfang eine gebrauchte von jemandem bekommen. Das kleid stand mir wirklich gut. Warte, warte, warte. Was? Äh, äh, äh. In den Kisten nach. Warum muss man heutzutage alle Möbel selbst zusammenbauen? Wäre es möglicherweise sein könnte, dass man einen Spind nicht einfach so geliefert bekommt, beziehungsweise erst recht nicht in einen... ...Kleinwagen bekommt. Ich habe einen Spind. Das ist ein Pfeil heißt... Ich habe einen Spind. Ich habe einen Spind. Ich habe eine Spind. Äh, äh... Danke. Jetzt, wo du deine Uniform hast, zeige ich dir den besonderen Ort. Das ist die Ausgabe. Hey, warte mal. Woher kenne ich jetzt auf einmal diesen Code, bitte? Nee, nee, ich bin's. Genau, das wollte ich jetzt eigentlich auch irgendwie gerade sagen. Servus. Übrigens, wenn es so weitergeht, dann bekommen wir die erste Mission heute leider nicht mehr in das Video rein. Tut mir auf jeden Fall an der Stelle leid, aber schauen wir nochmal. Ich meine, ich werde das Video sowieso dann auch noch zusammen cutten, also irgendwie auch wieder egal. Der Polizeikommunikator, der kann so einiges mehr als dein altes Telefon. Unter anderem hält er mich darüber auf dem Laufenden, was du so treibst. Äh. Computer in der Eingangshalle verbindet. Etwa James Bond 2.0 oder was. Hilfst du Chase bitte dabei, Honey? Nee. Braver, Junge. Entschuldige, aber ist das ein Mensch oder ein Hund? Okay, es ist eindeutig ein Mensch, weil er läuft auf zwei Beinen. Ja, ich habe auch ein bisschen aufgepasst. Menschen laufen auf zwei Beinen, Hunde auf vier. Ich bin so ein Genie. Ja, ich komme ja schon. Ich wollte jetzt in den Laufzug reinspringen und so. Ja, ich komme, meine Dame. Was? Ja. Kommunikator verbunden. Aktualisierung läuft. Ein Prozent abgeschlossen. Fortschrittsbalken. Hey, Frank. Jemand muss den Schiefwecken gehen. Ich arbeite zu hart. Der feuert mich nur wieder. Ah, die Besprechung über Rex Fury wollte ich mir sowieso sparen. Hast du noch den Schlüssel zu seinem Büro? Ich habe ihn doch hier in der Hand, oder? Nein. Dann habe ich ihn verloren? Könnte schon sein, ne? Ich helfe dir beim Suchen. Je früher der Chief wach ist, desto eher kann ich mit der richtigen Polizeiarbeit anfangen. Danke. Okay. Finde ich gut. Ich muss ihn oben verloren haben. Das ist übrigens das Stockwerk über unten. Hey, Chase. Hast ja deinen Kommunikator zum Laufen gebracht. Schein so. Aber jetzt muss ich Frank bei seiner Schlüsselsuche helfen. Kein Problem. Ich habe die Software auf deinem Kommunikator aktualisiert und seinen Scanner aktiviert. Sein Bildschirm zeigt dir jetzt Dinge an, die du sonst nicht sehen würdest. Geister zum Beispiel. Das war dein Spiegelbild, Frank. Danke, Ellie. Alles klar. Ihren glupfigen Augen gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Frank, würdest du dich vielleicht doch mal konzentrieren? Wäre das möglicherweise möglich? Wenn du Donuts suchst, dann am ehesten im Büro des... Du willst den Chief wecken? Okay. Wenn du damit fertig bist, hätte ich dann noch ein Wespen-Nest für dich, in das du reinstechen könntest. Ja, okay. Wird erledigt. Darf ich das machen? Ich weiß, wie das geht. Hat er es allerdings für eine Pinata gehalten? Uff. Hey, du hast ihn. Ja, ich habe ihn, weil ich nicht nur die ganze Zeit rumschwafel, sondern aber du. Videospiele, wuhu. Yay, Sobi. Wenn du Donuts suchst, dann am ehesten im Büro des... Na los, die Einsatzbesprechung, Chief. Wachen Sie auf! Ich will nicht helfen. Na, warte, noch dich kriegen wir schon wach. Okay, wenn du nicht mal vor einem herabfallenden Regal... Ah, Ende ist erbrochen gewesen. Oh. Gernst du in der Umfeld? Nee, Mist. Oh nee, der schöne Karsten. Ah, ein Radio. Da wär nur so'n Donut. Ich hab nur meine Augen entspannt und meine Arme und Beine. Äh, wie wär's mit deinem Gehirn? Das könntest du dir mal kaufen. Also, ich kenne da so'n paar Flasherge, die auch Gehirn anbieten. Ui. Er hat mal fast ne Hand, aber ich kriege gar nicht gern. Ruhe, bitte. Hey, Harry. Wie viel Kaffee hast du schon intus? Ja, ich weiß, was du denkst. Waren es sechs oder doch nur fünf? Nun ja. Okay, auf jeden Fall genug. Ich komme direkt zur Sache. Die Bürgermeisterin glaubt, dass wir nach diesem Mann fahren sollten. Rex Fury. Ist der riesig, Rex? Ja. Vor drei Monaten die Flucht von der Albatross-Insel. Wie genau ist noch unklar. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir ihn bald auftreiben. Okay, äh, könnten sie das jetzt dann... Äh, ja und was jetzt? Rex Fury hat sich schon im Alter von sechs Jahren dem Verbrechen zugewendet. Du liebe Güte, ein durchaus wichtiges Detail, möchte man meinen. Elementar, mein Lieber. Übrigens, in der nächsten Woche werden wir uns vielleicht, abgesehen von Missionen, auch ein bisschen gestattern schauen. Schauen wir mal. Bis jemand versehentlich ihre Identität verraten hat. Pfft. Hihi. Dank Natalias Aussage konnten wir Rex verhaften. Er versuchte zu fliehen, aber sein Fluchtfahrzeug, ein Rasenmäher, war zu langsam. Vorab, den Rasenmäher, rechts ran! Außerdem hat er den Mann unterschätzt, der ihn schließlich dingfest gemacht hat. Mich! Dam, dam, dam! Steckt Rex hinter der Verbrechenswelle, muss er sofort wieder eingebuchtet werden. Okay. Um den tatsächlichen Übeltäter zu schnappen, hab ich an den wichtigsten Orten Kameras aufstellen lassen. Im Museum, Forrest Blackwells Villa und natürlich in den Banken. Was zum Besprechung beendet! Alle Einheiten zur Bank! Ja, du wirst erst mal eine Frage stellen und das Beste, was du da bekommen kannst, ist ein Donut ins Gesicht. Das fühle ich auf jeden Fall zum Glück nicht. Weil ich stelle mir das jetzt auch nicht so angepasst, nehme vor. Bereit ist den Verbrechern zu zeigen, Chase? Ja! Auch wenn gerade ein Verbrechen stattfindet, müssen wir rücksichtsvoll fahren. Okay. Natürlich! Der Letzte zahlt einen Monat lang alle Donuts für den Chief! Pst! Rücksichtsvoll! Ja, okay, ich würde sagen, dennoch, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hey, Chase! Ich habe deinen Kommunikator aktualisiert und das Informationssystem aktiviert. Damit kannst du dich leichter in Lego City zurechtfinden. Ich habe die Cherry Tree Bank mit einem Polizeischild markiert. Ja, ist okay. Perfekt! Folge jetzt einfach der grünen Linie. Sie führt dich direkt ans Ziel. Wird erledigt. Aber wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Denn bis dahin bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!